hallo liebe reisegemeinde in diesem video nehme ich euch mit in die wunderschöne herbstliche linner altstadt weit bekannt ist linn durch den flachsmarkt und durch die burg linn die altstadt ist ebenfalls sehenswert und immer einen besuch wert linn ist seit der eingemeinung im jahre 1901 ein stadtteil von krefeld den ältesten hinweis auf linn findet man in der kaiserswerter urkunde die zwischen 1090 und 1120 verfasst wurde die stadt linn wurde in der ersten hälfte des 14 jahrhunderts gegründet das mittelalterliche flair ist beim schlendern durch die schmalen gassen allgegenwärtig umgeben von den historischen gebäuden wird die lange geschichte der stadt förmlich spürbar sehr zu empfehlen ist auch das deutsche textil museum die sammlung umfasst 30.000 objekte aus der gesamten welt das museum zentrum burg linn präsentiert archäologie burg und stadtgeschichte und volksgründe des niederrheins wer sich ausführlicher über das historische linn informieren möchte kann diese tafeln an den mauern lesen und über den qr code spannende themen abrufen weitere informationen gibt es auch in der video beschreibung außerdem gibt es weitere videos aus grefeld hier auf meinem kanal auf geht's lasst uns gemeinsam durch die altstadt spazieren bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020